Was hat die vorherige Führung Russlands, die das alles gesehen hat, verstanden, in welche Richtung sich das alles entwickelt? Gab es bei ihnen das Bewusstsein, dass Russland am Zerfallen ist? 16 Subjekte der russischen Föderation haben ihre Souveränität erklärt. Wie konnte man das nicht bemerken? Natürlich haben die Leute mit Sicherheit darüber nachgedacht, haben es verstanden und haben versucht, sich dem entgegenzusetzen. Aber leider hat das nicht immer geklappt, milde ausgedrückt. Wir haben den Eindruck, dass viele im Westen und auch in Europa damals schon die Karte Russlands gezeichnet haben, die aufgeteilt ist in einige einzelne Staaten. Haben Sie solche Karten auch sehen müssen? Ja, ich habe solche Karten gesehen, aber es geht hier noch nicht einmal um die Karten. In den Gesprächen mit meinen Kollegen, mit einigen von ihnen, ich werde jetzt keinen Namen nennen, weil die Person, die hat mir nicht das Recht gegeben, darüber öffentlich zu sprechen. Aber einer meiner Präsidentenkollegen eines osteuropäischen Landes hat mir bei einem Treffen mit mir ganz offen gesagt, Für uns in Europa stellte sich nicht die Frage, ob Russland zerfällt oder nicht. Wir waren der Meinung, dass es unausweichlich ist. Die Frage war nur, wann das passiert und wie die Folgen sein werden für Russland selbst, also für dessen Bestandteile, und auch für den Rest der Welt, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Russland dennoch eine große Atommacht ist. So waren damals die Stimmungen und wahrscheinlich haben wir ihnen wohl leider die Anlässe für solche Stimmungen geliefert, zu diesem Zeitpunkt. Zur Zerstörung der UdSSR möchte ich an die bekannte Formel erinnern, die sich bei uns inzwischen etabliert hat. Wer die Zerstörung der UdSSR nicht bedauert, hat kein Herz. Und wer dessen Wiederherstellung in seiner vorherigen Form möchte, hat keinen Kopf. Wladimir Wladimirovich, was war für Sie die Epoche der 90er Jahre? Genau dasselbe Drama wie auch für die absolute Mehrheit der Bürger des Landes. Denn was ist der Zerfall der Sowjetunion? Dies ist der Zerfall des historischen Russlands mit dem Namen Sowjetunion. Ich habe darüber schon gesprochen. Wir haben 40% unseres Territoriums verloren. Ungefähr genauso viel Produktionskapazitäten, Bevölkerung. Wir haben uns in ein komplett anderes Land verwandelt. Und das, was im Laufe von tausenden von Jahren erarbeitet worden ist, ist zu einem erheblichen Teil verloren gegangen. 25 Millionen russische Leute, ich habe schon sehr oft darüber gesprochen, waren von jetzt auf gleich im Ausland, in den Republiken der ehemaligen Sowjetunion, die ihre Unabhängigkeit und Souveränität erlangt haben. Nun, das ist für sie vielleicht gut, aber für die Menschen, die dort gelandet sind, gegen ihren Willen im Ausland, ist es ohne Zweifel schlecht. Und sie konnten nicht zurückkehren, sich mit ihren Verwandten wieder vereinen, sie hatten keine Arbeit mehr und nichts, wo sie wohnen konnten. Und das ist einfach nur ein großes humanitäres Drama, ohne jegliche Übertreibung. Schlussendlich waren wir gezwungen, den Kosovo wieder zu verlassen. Was waren damals die Einflusshebel, die gegen uns benutzt wurden? Also Hebel gab es jede Menge. Russland war in einem ziemlich schwachen Zustand und war abhängig von verschiedenen Finanzinstrumenten und Mechanismen, von politischen Mechanismen, innenpolitischen Mechanismen. In diesem Sinne kann man mit Bedauern sagen, dass Russland zu diesem Zeitpunkt einen Großteil seiner Souveränität verloren hat. Und was das Thema Souveränität angeht, so möchte ich Ihnen sagen, dass ich damit direkt zu tun hatte, als ich im Jahre 1999 noch Regierungschef war, als eine weitere Vertretung des IWF, nach dem Beginn unserer aktiven Kampfhandlungen im Nordkaukasus, gefordert hat, diese Kampfhandlungen zu stoppen. Auf die Frage, was hat der IWF, der Internationale Währungsfonds, damit zu tun, wurde mir gesagt, dass die der Meinung sind, dass sich das negativ auf die Wirtschaft auswirken wird. Und das Argument, dass wir damit ja unsere Staatlichkeit stärken und somit auch die Möglichkeit erhöhen, effektiv im Bereich der Wirtschaft zu arbeiten, wurde überhaupt nicht erhört. Damals ging es, glaube ich, um eine mögliche Aufschiebung der Rückzahlungen der Zinsen. Sie sagten, es wird keine Aufschiebung geben. Ich muss sagen, dass immer, wenn wir einen Schritt nach vorne und zwei zurückgegangen sind, hat sich das in allen Bereichen unseres Lebens ausgewirkt, in alle Richtungen. Es hatte Folgen für die Innenpolitik, für die Außenpolitik, für die Wirtschaft und das Sozialwesen. Also jede Niederlage in diesem Bereich führte zu einem multiplikatorischen Effekt im gesamten Raum. Und das war natürlich sehr traurig und sehr besorgniserregend. Was wäre eigentlich mit der Welt passiert, wenn Russland dann zerfallen wäre? Was interessiert uns die Welt? Wir müssen auf uns schauen und an uns denken. Man kann mit aller Gewissheit sagen, dass es uns sehr schlecht ergangen wäre. Wir würden jetzt nicht um die Erhöhung der Geburtenrate kämpfen. Wir würden jetzt um das Überleben kämpfen. Und das tragische Beispiel von Jugoslawien zeigt uns, dass wenn mit uns das passiert wäre, was mit Jugoslawien passiert ist, wären die Folgen für Russland. Unter der Berücksichtigung des Charakters des russischen Menschen und nicht nur der Russen, sondern aller Völker, die auf dem Territorium Russlands leben, wäre die Konfrontation bei uns wahrscheinlich noch mal deutlich härter und viel blutiger ausgefallen als beim Zerfall von Jugoslawien. Und das einige, ich sage bewusst, ganz vorsichtig einige, damit man uns nicht wieder einmal beschuldigt, dass wir hier irgendwelche Feinde suchen. Aber es ist völlig offensichtlich. Für mich war es völlig offensichtlich. Als ich der Direktor des FSB war, habe ich einfach gesehen, dass gewisse Kräfte im Westen direkt den Zerfall der russischen Föderation anstrebten und direkt die Separatisten, Banditen und Terroristen unterstützten, die alles getan haben, um Russland aufzuwirbeln. Und das war für mich immer ein ganz klarer Fakt.